Hey! Herzlich Willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Ich werde jetzt erstmal gucken, wo ich die Energiequille anschließen muss. Ich weiß aber gar nicht, wo ich hin muss. Ist auch ein wenig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Weil, wie ich bei Final Fantasy schon gesagt habe, habe ich meinen Rechner roll gemacht. Und dabei ist auch etwas ganz Tolles passiert. Und zwar, ich habe herausgefunden, ich mag Uplay. Tierisch. Ich liebe es förmlich. Ich würde mir sofort einen Teil davon kaufen. Wenn ich genug Geld hätte. Ich wollte vorhin eine Runde Far Cry spielen. Und was sehe ich? Das schöne Programm Uplay von Ubisoft hat meinen scheiß Spielstand nicht automatisch gespeichert. Soll heißen. Ich weiß gar nicht, wo habe ich angefangen. Ich habe kurz reingeguckt und habe es halt ausgemacht, weil ich ein wenig pissed war. Overpissed möchte ich sagen. Kurz nach der Nostalgia, glaube ich. Muss ich jetzt dann wieder weitermachen. Heißt, ich werde mich morgen erstmal dran setzen und so weit spielen, wie ich vorher schon war. Wo muss ich denn jetzt hier verdammt nochmal hin? Und... Erst danach kann dann halt wieder ein Let's Play davon kommen. Vorher... Ey, ist ja schlecht. Ich will ja jetzt nicht nochmal das gleiche aufnehmen. Wo verdammt muss ich hier hin? Verdammte Kacke. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Wie komme ich hier raus? Wo bin ich? Was mache ich? Muss ich hier hoch? Äh... Ja, dann geht es hier hoch. Hallo, hopp. Äh... Warte, hier ist was. Ah, perfekt. Ha! Ich bin ein Tier. Haha! Welche Geschichte der Tempel mir heute wohl erzählt. Jetzt habe ich es verpeilt. Jetzt weiß ich nicht, wo die Treppen waren. Da rechts? Vielleicht? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Verdammte Scheiße. Ich glaube ja. Kann ich hier runter? Ja. Oh. 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 Ich sag's dir. Hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie... ...geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art... ...Kryotechnik. Oder... Winterschlaf. Ich meine... ...woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann... Ich weiß nicht. Irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe. Hätten sie Erfolg gehabt? Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie. Doch nicht für euch. Ein Siege. Verschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es. Okay. Soll wohl heißen, ich muss zurück nach Connor. Aber erstmal gucke ich, was da hinten ist. Da haben wir doch die Treppe. Ganz genau. Die suche ich doch. So. Wo geht's hier hin? Okay. Okay. Hopp. Hopp. Gibt's hier irgendwo weiter? Nein? Okay. Dann vorne raus. Na, hi. Eine neue Welt näherte sich, voller Kälte und Dunkelheit. Sie würde uns verschlingen, denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schilde, Bodenschutz. Doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern, auf das wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Aita, der sich meldete, um es zu probieren. Aita. Mein Mann. Meine Liebe. Am Ende veränderte es ihn. Zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Körper hätte überleben können, doch sein Verstand musste dabei zerbrechen. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich flehte ihn an, uns Zeit für eine andere Lösung zu geben. Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Okay, okay, okay. Ich habe kein Wort verstanden. Aber... Was machst du da? Hä? Warte mal. Okay, okay. Connor, runter. Nicht da hoch. Vorsicht. Kann ich hier hoch? Da hoch würde ich gerne... Nein. Okay. Da kann ich, glaube ich, lang, oder? Wir versuchen es einfach. Nein, kann ich nicht. Tut mir leid. Ja, gut. Perfekt. Okay, 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 okay. Na ja, ich glaube, dann haben wir alles gehört. So, ab in den Animus und zurück nach Connor. Ja. Sieh mal an. Mhm. Ich habe eine dritte Energiequelle. Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel. Und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was? Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Ich bin dann soweit, Desmond. Der Winter naht. Die Luft ist still und vor der Vorahnung. Die anderen spüren es auch und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen. Doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst. Und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen. Aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern. Ihrem Plan. Und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler. Und wir streiten jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. Wieder Winter. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten. Präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet du hältst deine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Du wachst es? Dann sag, unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es dem Templerorden so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest. Wenn ich zögerte dir zu helfen, dann weil du naiv warst. Tausend Mal wirst du gestorben und hättest Gott weiß wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen und es gibt kein glückliches Ende. Nein. Nicht wenn Männer wie du das Sagen haben. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha! Okay, okay. Die haben also riesen Zoffen dann, da möchte ich sagen. Jetzt weiß ich nicht wo ich... irgendwas wollte ich vorhin sagen. Aber dann hat Connor angefangen zu quatschen. Verdammt. Ich hab keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich irgendwas wegen dem scheiß Schnee. Ich hasse es. Bäh. Ja, hier geht's ja jetzt. Was ist denn hier los? Schneesturm oder was? Ich mag den Winter nicht. Ich mag den Winter einfach nicht. So, ich sag mal so Ski-Urlaub. Schnee-Urlaub, weißt du? Wo man so wirklich wegfährt. Ja, das stelle ich mir ganz cool vor. War ich noch nie. Ich hab noch nie Urlaub im Schnee gemacht. Aber da könnte ich mir vorstellen, das wäre ganz angenehm. Aber so zu Hause... Dann liegt... Oh, Schnee wie sonst was. Dann zur Arbeit fahren und... Ach, die trommeln wieder. So, jetzt müssen wir nach Washington. Beziehungsweise nach George Washington. Oh, oh, wo war das? Runter. Das war... Runter. Hopp. Ich will hier wieder runter. Pssst. Ich muss doch hier lang. Äh, warte. Hier muss ich irgendwo... Was hab ich... Was ist das da? Warte. Das war der falsche Knopf. Warte. Warte doch. Kaufen. Was hast du denn verbraucht? Aha. Pfeile. Okay, okay. Äh, ach so. Ich nehm mal... Drei Rauchbomben mit. Einfach weil ich's kann. Fallen nämlich auch direkt zwei mit. Mhm, mhm, mhm. Davon nehm ich auch noch einen mit. Alles gut. So, und was war jetzt hier? Verkaufen? Was kann ich denn verkaufen? Lass mich doch mal... Mhm, mhm, mhm. Okay. Ach, das ist... Ach, geh weg. Lass mich in Ruhe. Hau ab. Reite weiter. So. Was muss ich da? Irgendwo muss ich jetzt hier rechts. Ich... Äh... Ich reite hier rein. Oh, toll. Wölfe. Reite schneller. Gib alles, was er aus. Lass mich mal kurz auf Garte gucken. Äh, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ach, da muss ich hin. Na, das ist aber noch ein ganzes Stück. Was ist das denn hier? Eine Jagdgesellschaft? Das seh ich zum ersten Mal, glaub ich. Oder? Hab ich das vorher schon... Ich weiß es nicht. Soll ich da mal hin? Das würde mich immer interessieren, was das ist. Ja, da geh ich mal hin. Da geh ich mal hin. Das interessiert mich. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Ja, ist klar. Lass... Lass... Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß alle in Ruhe. Aber vorsichtig. Alles wird gut, alles wird gut. Was ist denn jetzt los? Verfolgt er mich noch? Nein? Okay. Okay. So. Bin ich sehr gespannt... Was es mit dieser Jagdgesellschaft aus sich hat. Wahrscheinlich einfach nur in Gesellschaft jagen. Ha. Aber wer weiß das schon? Ich nicht. Na, gib ihm die Sporen. Ach, die Traubenwelt schon wieder. Ja, ist ja gut. Na. Okay. Äh, absetzen. Oh, das ist kalt. Oh, mein Gott, Mann. Ha. Das war ja... Boah. Meine Fresse. Connor, du überraschst mich immer wieder. So. Ja, aber Vorsicht. So. Was ist jetzt hier? Der Menschenfresser. Okay. Ein paar Leute wollten nicht weit von hier siedeln. Aber scheinbar wohnt da schon ein großer Schwarzbär mit einer Vorliebe für Menschenblut. Erlege das Biest und ein paar gute Leute wären dir sehr dankbar. Mhm. Okay. Mach ich. 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 Gib mir zwei Minuten. Gib mir zwei Minuten. So. Äh, warte mal. Hä? Das ist... Wo... Äh? Hä? Ne. Ich muss da. Warte mal. Ich muss da. Muss ich da rein? Hä? Ich habe... Keine Ahnung. Muss ich... Nein. Hier muss ich nicht rein. Ähm. Ja. Wo ist das denn? Wo muss ich da hin? Ich habe... Keine Ahnung. Abenteuer? Ne, das ist es nicht. Ach, das hier wahrscheinlich. Ja, richtig. Der ist das. Zack. Ähm. Ach, das ist aber... Das ist mir aber... Kann ich das Pferd nehmen? Das ist, glaube ich, auch meins, oder? Wenn nicht. Jetzt ist es zu spät. Ja, ist ja gut. Ja, ist klar. Vorsicht. Na? Du kannst über Zäune springen, aber nicht über so einen kleinen... Ich komme hier gar nicht mehr weg. Was ist denn... Was ist denn hier los? Aber nicht über so einen kleinen abgesäten Baum. Das ist ja... Oh mein Gott. So. Das machen wir hier hoch. Ich mag den Schnee nicht. Ich mag den Schnee wirklich nicht. So, sind wir gleich da. Oh, oh. Das war... Oh, oh. Was, was? Hau ab. Hau ab. Lass mich. Hau ab. Geh weg. Hau ab. Hau ab. Lass mich alle in Ruhe. Ich habe keine Zeit für euch. Mein Gott. Geh weg. Aus dem Weg. Was? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe Wichtiges zu erledigen. So. Hier durch. Oh, oh, oh. Schön vor den Baum. Oh, toll. Absitzen. Ich gehe mal hier runter. Irgendwo oben. Das ist ein bisschen tief, glaube ich. Na, das passt aber. Ja, das passt. Das passt. So, perfekt. So, hier hoch. Wale hopp. Na. Connor. Was machst du denn da? Oh, das sieht gut aus. Das ist ja... Connor, du Tier. Hopp. 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 Na, da ist nichts. So, sind wir gleich da. Oh, durch den Schnee. Oh, ich hasse den Schnee. Was ist denn... Was ist denn hier? Was ist das? Was ist das hier? Na? Da. Du da. Hier drüben, Renner. Ich krieg dich. Vorsicht, Vorsicht. Oh, 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 oh. Weg da. So. Mhm, 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 mhm. Ab hin im Visier. Oh, 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 oh. So, immer schön. Bam, in die Fresse. Zack. Na, mein Dicker. Was ist los? Hallo, ich bin hier drüben. Oh, Vorsicht. Oh, oh. Das war gut. Das war auch gut. Oh, bam. Schön, die Kopfne. Hey, passt auf. Gott, nochmal. So, jetzt zack. Immer in die Feste. Feste. Ja, das war gut. Schön. So, hier. Hier. Waffe. Danke. Perfekt. Perfekt. So. Aber. Den Bären, auf dem wir es endlich abgesehen haben. Den holen wir uns im nächsten Part. Also, macht's gut. Ciao. Ich kann mich nicht bequietschen.